ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 Renninger, da ist noch einmal eine Mahnung! Arschloch! Arschloch, doppel Arschloch! Ich bin's! Toastas Afrika habe ich wieder gekriegt. Afrika. In Deutschland gibt's drei große Baumärkte. Das ist der Obi, der Hagebau und der Praktiker. Franz, der Dispo von den Konten, der ist trotzdem überzogen. Ja, weil die Arschlöcher nicht zahlen! Danke, Herr Renninger. Hinsichtlich des hohen Gesamtvolumens der Transaktion verpflichtet sich Herr Franz Brenninger als Sicherheitsdeposit die Summe von Euro 50.000. Ich habe mit dem Geld gewickt. Und das habe ich für uns gemacht. Verstehst du? Papa, du bist krank. Was geht denn Dichter an, Versager? Ich bin einfach nur gut drauf, du Arschloch! Nein! Auf! So, was bist denn du? Was ist denn los, Mucki? Es reicht. Hans, hörst du mich? Was ist denn in dir drin? Lila, ich fahre nach Afrika. Ich habe mir gedacht, du fährst mit und holst noch beim Übersetzen. Fahrt zu! Komm an! Jetzt fahrt! Go! Hallo! Doktor, mein Kui. Der muss hier leben. Doktor! Yes, hallo! I need my money! Sie wollen, dass ich auf ihn aufpasse. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin.